Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der ersten Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Start ist Rehlingen-Siersburg und Ziel ist Schwemmlingen. Die Tour hat etwa 22 Kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen! Moin Moin! Gute Musik Gute Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020